Hallo liebe Leute, mein Name ist Rene Orger-Werkner und heute präsentiere ich heute Albenvorwieder, neue Alben, die rauskommen, also für Freitag. Zum Anschluss werde ich euch noch Filme von Kinohits, Filme Kinosagen und DVDs. Heute kommt, äh, morgen kommt Daniele Alfinito Liebestattoo und deutsche Front Ostgold. So, dann kommt uns diese Woche neu, also heute, heute drei Engels für Charlie. Neuer Film mit Noami, Scott, Elisabeth Banks und Verleih ist von Sony Pictures, Länge 119 Minuten. Drei Engel für Charlie kennt bestimmt jeder. Ähm, dann kommt noch, ähm, dann kommt noch diese Woche Judy raus mit René Zellweger, Jesse Berkley, Regie, Robert Scholes, Verleih Eon, Länge 118. Ähm, es geht darum Hollywood 1939, Kinderstar Judy Galland, Datschau, ist gerade 16, war völlig erschöpft und ständig Dreharbeiten, Ansprüchen, Ansprüchen, Ansprüchen einerlei, Ansprüchen des Filmstudios in GM, dass ihr, ähm, dass ihr gesamte Leben kontrolliert und über sie verfügt, sie eine leibeigene Studioboss, Louis B. Meyer stellt Judy die Wahl, wenn sie alles tut, was er von ihr macht, er sieht zur Legende, spielt sie noch nicht brav mit, wird ihr Stern genauso ganz sein wie er. Ja, okay, und dann haben wir noch Knife Out, Mord ist Familiensache, mit Daniel Quick und Chris Evel, Regie, Rian Johnson, Verleih von Universum, ähm, Länge ist es 130, ähm, es geht hier darum, Helm Thunberg ist tot und nicht nur das, renommierte Krimi-Autor Film Patriarch wurde zufeiert zu seinem 85. Geburtstag umgebracht, doch natürlich versammelte exzentrische Verwandtschaft, das treu ergeben hat, Hauspersonal etwas gesehen haben, ein Fall für Benoit Blanc, Daniel Quick, der, ähm, der lässige, elegante Detektiv beginnt seine Ermittlungen, es wirken sich ziemlich Anwesenden, bla bla bla. So, dann gucken wir noch, die, ähm, die Blue ist, und die VD ist an, die neu kommen, sind der Angel, Herr Svallin, der USA von 2019, mit Gerard Butler, Morgan Freeman, Regie Rich, Roman Vogue, und, ja, und auch ein Kinderfilm sehr bekannt ist, aber Animation ist Benjamin Bühnchen mit Manuel Santos-Guerlke und Eiken Magac. Und, wir haben noch hier Little Monsters, kenne ich auch nicht, ähm, wurde gespielt, in Australien, Großbritannien, USA, mit Blubita Nyonga, Nyong'o und Alexander England, Regie Abbeyforster, eine Länge wie 94 Minuten, ja. So, das war's eigentlich, ja, das war's, ähm, nächsten Donnerstag oder nächsten Freitag gibt's dann neue Alben, stelle ich euch dann vor und neue Filme. Das war's, wenn euch das Video gefällt, ein Like, da stellen und abonnieren nicht vergessen, liebe Leute. So, bis zum nächsten Woche, äh, nächste Woche, haben wir diese Woche noch was vor? Ne, ähm, ähm, zum nächsten Woche, eure Nyonga Wagner.